In diesem Moment heisst es auch der Reto schreibt mir es aus und wenn du sagst, gut nach der Schweizer EISOK ist das Thema für die Reform, die wir noch mal aufgreifen können. Du hast grosse Sorgen, dass du hier ein Schweizer EISOK einen gravierenden Einschnitt erleben könnte, der eben auch hinten rausgehen könnte. Was ist deine Hauptsorge? Ja, es sind eigentlich verschiedene Punkte. Das Financial Fair Play ist der eine Punkt. Da will man also eine Planwirtschaft einführen und die freie Marktwirtschaft eigentlich abschaffen. Da kommen wir aber noch in Detail. Dann haben wir natürlich die Ostländer Situation, die Ostländer Regelung. Wir haben heute eine Regelung, die wir weltweit, europaweit, weltweit bewundert werden. Wir haben vier, die spielen dürfen. Wir haben maximal acht Lizenzen. Wir fördern die Schweizer Hockeykultur und pflegen. Und jetzt wird das alles in Frage gestellt. Bei uns ist eine riesige Identifikation der Fans zu den Spielern. Und wenn man schon schaut, jetzt im Fussball, da kennt man ja zum Teil die Spieler gar nicht. Das ist ein Kommen und ein Gehen. Das ist die Schweizer Durchlauf-Meisterschaft, wo die Spieler können und die anderen Ligen gehen. Das wird im Hockey dann nicht der Fall sein, wenn es mehr Osländer sollten sein. Aber wir finden es einfach schlecht für die Entwicklung des Schweizer EISOK. Und ich merke, du stehst nicht alleine da mit dieser Meinung. Die Fans, und zwar von vielen Klubs, stehen hinter dir. Und auch die Nazi, Lars Weibel, hat da auch schon Stellung genommen in dieser Woche dazu. Aber es ist schon noch spannend. Es sind quasi elf Teams, die gleich dafür sind. Auf was führst du das zurück? Dass es quasi der Z jetzt der einzige ist, der da in eine andere Richtung denkt? Ja, schade ist einfach, dass wenn die Fans dagegen sind, dann fühle ich mich ja auch gestärkt. Wenn die Sponsoren das nicht inkutieren, dann fühle ich mich gestärkt. Wenn die Medien das nicht inkutieren, dann fühle ich mich gestärkt. Wenn Europa über die Entwicklungen schmunzelt, lacht und zum Teil fassungslos ist, dann fühle ich mich gestärkt. Aber es nützt nichts. Es ist elf zu eins. Und wenn die anderen Club-Mehrheit haben, dann wird es schwierig. Dann geht es eigentlich im Moment fast nur noch darum, den Schatten zu minimieren. Also die zehn Ausländer, die aktuell gefordert sind, glaube ich, dass das nicht durchkommt. Die zehn Ausländer. Ich glaube, es wird weniger sein. Vielleicht muss man noch präzisieren. Heute haben wir ja vier, die spielen dürfen. Wir haben aber in jeder Mannschaft die sogenannten Lizenzschweizer oder Bischweizer. Das sind solche, die entweder schon jahrelang bei uns als Ausländer Nachwuchs gespielt haben. Und wenn sie fünf Jahre Nachwuchs gespielt haben, gelten sie nachher in der Aktiv-League gar nicht als Ausländer. Oder sie hatten ihre erste Eiselkei-Lizenz in der Schweiz. Das war z.B. bei uns Robert Nilsson. Kennt Nilsson, sein Vater, in den 90er-Jahren gespielt hat. Und sein Sohn, Robert, in der Schweiz dann die erste Lizenz gelöst hatte. Und der ist Robert Nilsson ein Lizenzschweizer gewesen. Sättig haben wir im Schnitt pro Mannschaft fast drei. Also wenn man jetzt im Prozentpunkt ausdrücken oder in Anzahl Personen, dann sind es 2,6, 2,7 pro Mannschaft. Wir haben jetzt einen, Johann Mora. Aber es gibt natürlich in der Liga ganz viele, die man das Gefühl hat, das seien die Schweizer. Vor allem in Genf oder in Lugano oder in Ambre. Ambre hat z.B. 5. Die haben also vier Ausländer und fünf Weischweizer. Also die haben neun Ausländer, neun Nicht-Schweizer. Oder? Und das zeigt eigentlich schon, dass wir schon relativ viele Ausländer haben. Ich finde die Abschaffung von den Weischweizer, das finde ich gut. Aber durch das geht dann vielleicht die Ausländer zahlen ein bisschen hoch. Aber es ändert nicht viel. Jetzt muss man nur mal schauen, dass es nicht zehn sind. Man muss oben runterkommen. Man muss vielleicht auf acht oder auf sieben, wenn es jetzt z.B. sechs oder sieben wären, dann hätten wir eigentlich den Status gekommen. Dann haben wir einfach die Weischweizer abgeschafft. Aber der hat nichts geändert. Und das ist vielleicht gar nicht so ein schlechter Ansatz. Aber da merkt man jetzt, wo ein Reglementsentwurf vorliegt und jeder Klub zu dem Reglementsentwurf muss Stellung nehmen, jetzt ist die Einigkeit der anderen elf auch nicht mehr da. Jetzt merkt man, dass jeder nur noch das eigene Interesse vertrete. Das ist jetzt augenfällig. Und das ist natürlich jetzt interessant zu sehen, wie sich das in den nächsten zehn Tagen entwickelt wird. Und wenn du die Prozent ansprichst, dann kann man da auch kurz nochmal eine Überleitung aufs Spiel machen. Wir haben... Nein, es ist die Ausländerregelung. Da haben wir jetzt eben das ein bisschen angeschaut. Und die EL ist ja immer wieder genannt. Das ist ja eigentlich das abschreckende Beispiel, wo man dann müsste sagen, ja, man hat doch gesehen, dass es nicht gut gekannt kam. Ich sage ja, den Befürworter der Reform, sage ich immer, reden wir mal über Deutschland. Deutschland hat 1994 den ganz drastischen Weg gemacht. Die haben die Ausländer aufgetan. Was ist passiert? Innerhalb von ein, zwei Jahren, hat es in der damaligen Bundesliga, in der heutigen DEL, hat es Mannschaften gegeben, die haben plötzlich keinen einzigen Deutschen mehr gehabt. Und das deutsche Niesenkreis ist abgegangen. Die Nationalmannschaft ist abgestiegen. Deutschland hat im internationalen Bereich keine Rolle mehr gespielt. Und darum schüttelt man im Ausland, in Schweden, in Finnland, in Tschechien, in diesen Ländern schüttelt man den Kopf. Was macht ihr? Das ist das Erfolgsmodell von euch. Warum macht ihr das? Und natürlich, die Befürworter wollen mit dem die Löhne unter Druck setzen. Das ist in der Theorie möglich. Aber die Realität hat in der Vergangenheit eben immer etwas anderes gezeigt. Weil man hat immer das Gefühl, man müsse der absolut Beste und dann ist es halt vielleicht der absolut Teuerste, der auf dem Markt ist. Und den müssen wir dann verpflichten. Und von dem tun wir einfach warnen. Deutschland, noch mit dem Franz Reindl gesprochen, vor etwa 10 Tagen, das ist der Präsident des Deutschen Niesenkreis. Und der hat das alles erlebt im 1994. Er ist fassungslos. Und er sagt, was macht ihr? Eures Erfolgsmodell geben ihr um. Tönt mit uns reden. Wir können euch sagen, was mit dem Deutschen Niesenkreis passiert ist. Und wir können euch prognostizieren, in welche Richtung, dass es bei uns gehen könnte. Nur, er redet eben fast nie mit dem Franz Reindl. Ich hoffe, dass so viele Journalisten noch mit dem Franz Reindl reden und Interview machen. Damit da die Einsicht kommt, dass sie nachher sagen, vielleicht sind wir gleich auf dem Holzwerk. Inwiefern ist es denn einfach möglich, dass man nur eine von diesen Reformen umsetzt? Oder ist es dann quasi das Hauptproblem? Dass man sagt, man müsste doch einfach, wie so oft irgendwo in der Politik auch, noch ein bisschen mehr zusammensitzen und das einfach noch etwas detaillierter ausarbeiten? Du bist ja in vielen Punkten auch ansatzweise einverstanden. Also es ist ja nicht einfach per se jeder Reformvorschlag nur total schlecht. Aber die Gefahr ist einfach viel zu gross, dass es in die falsche Richtung geht. wir tun in der grössten Krise, die wir alle erlebt haben, ich glaube, von den allermeisten, die uns jetzt zuhören, wir haben noch nie so eine grosse Krise erlebt, vielleicht in persönlicher Art schon, im privaten Leben, aber heute ist es eine Krise, die uns wirtschaftlich, sozial, gesellschaftlich, beruflich, in jeder Beziehung, tut uns das betreffen. Und wir bringen es fertig, in der Krise, in der wir die Clip eigentlich ums Überleben kämpfen, reden wir noch über Reformen, wo wir nicht wissen, wie es rauskommt. Wo wir aber annehmen können, wie es rauskommt, wenn man auf Finnland schaut, auf Schweden schaut, und wenn man auf Deutschland schaut. Und wenn man mit denen spricht, die diese grosse Erfahrung haben, von den Punkten, die wir jetzt hier im Schweizer Hockey wollen, oder die Bar wollen ändern. Man schaut auf viele andere Länder, man schaut aber auch noch mal ganz kurz auf den Match. Der Profisport wird nur darum zum Profisport, weil er eben auch irgendwo mal seinen Anfang nehmen muss, das ist im Nachwuchs der Fall. Und du hast festgestellt, in einem Podcast, den du diese Woche gemacht hast, ihr seid nicht in dieser Arbeitsgruppe gewesen, wo das Thema besprochen wurde. Wie kann so etwas passieren? Also dort du jetzt den Reformplan ansprechen, dass wir Junioren liegen. Wir haben ja heute die U17 und die U20. Die U20 ist die, die vor einer Elite angehessen hat. Und die U17 sind die Novitian-Elite. Und die wurden ja umbenannt in U17 und U20. Und jetzt wollen wir die U17 zur U18 machen. Also wir haben dort die U17, das waren zwei Jahrgänge, U17 und U16. Jetzt wollen wir die auf drei Jahrgänge machen, U16, U17 und U18. Und dann wollen wir die U20 erhöhen auf U22. Also U22 wäre U19, U20, U21, U22 vier Jahrgänge. Unter einem irreführenden Titel, dass man die Liga stärken möchte. Das ist natürlich ein fertiger Blödsinn. Die Liga wird nicht stärker. Die Liga wird vor allem älter. Weil sie eben zwei Jahrgänge dazukommen. Aber das sind 21- und 22-jährige Spieler, die einfach zu wenig gut sind, um National League oder Swiss League zu spielen. Die sind einfach zu wenig gut. Und man tut eigentlich für die zu wenig guten Spieler ein Gefäss herbei reglementieren, der aber mit Nachausförderung in dem Sinne einfach nichts mehr zu tun hat. Wir haben jetzt einen Spieler heute auf dem Eis, der Willi Riedi. Der Riedi ist jetzt ein bisschen ein Spätzünder, aber der hat den Weg gemacht über unsere Swiss League. Über die GCK Lions. Und das ist der richtige Weg. Es sollten eigentlich viel mehr Mannschaften, also National League Mannschaften, mit Partner-Team-Lösungen schauen, dass sie ihre Talente gut ausbilden können. Aber sicher nicht über die Juniorenliga mit 21- und 22-Jährigen. Dann ist es wirklich spät. 82 Spieler hast du erwähnt gehabt, die aktuell aktiv sind aus dem Nachwuchs. Das sind drei Teams, wenn wir das mal so anschauen. Also eine unglaubliche Zahl. Was mich auch unglaublich überrascht hat, ist die Leistung gewesen, wenn wir noch ein bisschen im Thema Ausländer sind etc. Die Schweizer Nazi an der WM bei der U20 jetzt. Das hat natürlich dann auch einen direkten Zusammenhang, welcher sich wieder auswirken. Ja, bei der U20 hat man jetzt immer ein bisschen gesagt, das sei die schlechteste U20 seit langem. Und nur ein oder zwei Spieler haben in der National League gespielt, oder eine kleine Rolle gespielt, eine Eiszeit bekommen. Das ist so. Da hat man es verglichen mit ein paar Jahren früher. Und da hat es geheissen gehabt, früher haben zehn von der U20 einen Standplatz in der National League. Ja, das stimmt. Aber früher hat kein einziges im Ausland gespielt. Und jetzt von dieser U20 die Nationalmannschaft und der WM ist die Hälfte der Mannschaft im Ausland. Wenn die in der Schweiz spielen würden, wären die ja vielleicht da. Und nochmal zurückzukommen auf die U22. Ich garantiere, dass diese Lösung die jungen Talente noch mehr ins Ausland treiben wird. Die werden sagen, weisst du was, dann gehe ich auf Schweden, ich lasse mich dort ausbilden und nachher gehe ich vielleicht auf Nordamerika, dann komme ich irgendwann zurück in die Schweiz. Aber das ist der falsche Weg, was wir hier machen. Wir müssen schauen, dass wir die jungen, guten Talente, dass wir die gegen die Erwachsenen spielen lassen können. Und zwar im Profibereich, Swiss League und National League. Und ich bin überzeugt, dass wir hoffentlich nochmals eine bessere Rolle spielen können. Wir sind auf gutem Weg mit dem Nachwuchs, aber wir müssen auch unsere Nachwuchsanstrengungen jedes Jahr verbessern. Das Ziel muss immer sein, jedes Jahr besser werden, in der Ausbildung, in der Rekrutierung. Die Spieler müssen den Willen haben, jeden Tag besser zu werden. Sie kommen ins Training und müssen immer die Einstellung haben, ich will jeden Tag besser werden. Das ist der Fall. Die Partie läuft wieder. Und was auch immer noch läuft, ist natürlich das Gesprächsthema mit der Liga Reform. Wir haben im ersten Dritten die Ausländerregelung miteinander angeschaut. Peter, jetzt richten wir den Fokus auf die Durchlässigkeit der Liga. Du kannst vielleicht ganz kurz zusammenfassen, was ist das Wichtigste, um was es da geht. Also man hat sicher einen guten Entscheid drauf, dass man gesagt hat, dass in dieser laufenden Saison niemand absteigt. Weil dann muss man niemand wirtschaftlich unter Druck setzen, dass wenn es nicht läuft, dass man nochmal einen Ausländer holt, wenn es nicht läuft, dass man noch einen Trainer entlassen, dass eine Nervosität aufkommt und das ist sicher eine weise Entscheidung, dass in dieser Krise nicht noch zusätzlich Druck aufsetzen, die nachher die wirtschaftliche Krise in einem Klub gerade nochmal verschärft. Es kann aber einen aufsteigen. Also wenn, es gibt aber Kriterien. Also die Kriterien sind, der, der aufsteigen will, muss das Weisse League gewinnen. Dann muss er Infrastruktur, Voraussetzungen erfüllen und er muss gewisse wirtschaftliche Belege können bringen, dass er das Budget für die National League stemmen kann. Also drei Sachen. Sportlicher Aufsteig, Infrastruktur und Wirtschaftlichkeit. Und diese drei Sachen können eigentlich momentan nur zwei Klüpper füllen. Das ist Kloten und eventuell Fisch. Alle anderen können das nicht. Es ist noch etwas gekoppelt an die Nachwuchsförderung, dass z.B. Olten wegen fehlender Nachwuchs wahrscheinlich so einen Schritt gar nicht machen könnte. Du hast auf das Thema Kloten gesprochen, das du vorhin angedeutet hast. Das ist auch noch spannend, oder? Man merkt doch glatt an diesem Beispiel, es ist nicht so einfach, um einfach wieder aufzusteigen. Und jetzt will man das aber komplett abschotten. Ja, also du es nochmal vielleicht ein wenig präziser ausführen. Es kann eben einen aufsteigen, dann wären wir 13. Nächste Jahr, Saison 2021, 22, kann wieder keinen absteigen. Kann aber einen aufsteigen, dann wären wir 14. Jetzt ist schon die Frage, was macht man nachher? Geht man wieder zurück auf 13, und geht man zurück auf 12? Ähm, das ist noch nicht entschieden. Aber die Idee, in den Gesprächen, die ich höre, ist ganz klar, wenn wir 13 sind, bleiben wir 13, wenn wir 14 sind, bleiben wir 14. Es wird also keine Aufabstieg mehr geben. Das ist, das ist, es will es einfach niemand zugeben, aber es wird so sein. Man wird keinen nachher ins Verderben stürzen und unter Druck setzen und dann reduzieren. Also wir machen de facto eine geschlossene Liga. Und das ist nicht europäische Mannschaftssportkultur. Jetzt müsst ihr gut zuhören. Europäische Mannschaftssportkultur ist Auf-Abstieg. Und in Europa ist das europäische Mannschaftssportkultur. Chris McSorley hat mir ab und zu gesagt, wir müssen jetzt Auf-Abstieg abschaffen. Dann habe ich gesagt, Chris, du musst nicht als Kanadier auf Europa kommen und uns sagen, was wir machen müssen. Das ist europäische Mannschaftssportkultur, Auf- und Abstieg. Wir gehen auch nicht in den Gell und sagen, ihr müsst den Auf-Abstieg einführen. Das ist eure Kultur, die ihr dort habt. Und darum muss man die Kulturen auch irgendwo durch pflegen und darf nicht jetzt einen Schnellschuss machen. Aber ich befürchte, dass der Auf-Abstieg, dass das Nadelöhr, das dünne Nadelöhr, das wir heute nicht mehr, oder das wir gehabt haben, dass das in Zukunft wahrscheinlich nicht mehr geben wird. Ritza, sorry, als Fan, die Kurvzahl Ritza, das ist ja auch komisch, also langfristig wäre das einfach irgendwie, damit man einfach sagen, okay, es sind die hier oben, die das Finanzfeld leisten können. Und du hast auch gesagt, irgendwie, man hat ja die Kultur und sind wir nicht einfach jetzt zu fest geprägt von der NHL. Wir müssen einfach sagen, das ist so viel Wunschdenken, wir müssen nicht immer alles übernehmen von der NHL. Nein, wir müssen nicht. Und darum sage ich, wir müssen unsere Kultur pflegen, unsere Traditionen müssen wir pflegen. Und wenn wir 13 Mannschaften sind, 13 ist einfach eine blöde Zahl, eine ungerade Zahl für eine Meisterschaft. Also wo gibt es das? Da muss man also wirklich die Tiefkugen suchen. Das kann es vielleicht mal ein Jahr in Finnland geben, aber das ist also wirklich. Und wenn wir dann dauern 13 wären, immer schaut einer zu, es gibt einen unregelmässigen Spielplan. Also das ist einfach nicht zu befürworten. Danke vielmals. Die Hälfte vom Spiel haben, aber weil es auf dem Eis immer noch nicht gerade so attraktiv ist, hat die Möglichkeit etwas umzuschauen. In diesem leeren Stadion was man findet, sind Banner, Spruchbänder, die man sieht. Das eine ist gute Besserung und Kopf hoch Chris und das andere eben auch zu der Liga Reform, wo halt die Fans ganz klar auch sagen, wie du Peter, da stimmt einfach einiges noch nicht. Und unter anderem stimmt ja auch der Zeitpunkt nicht. Warum ist der falsch? Wir sind in einer absoluten Krisensituation mit dieser Pandemie und wir bringen es fertig genau in dieser Phase uns selber zu beschäftigen. Wir müssen schauen, dass wir die Krise nicht überstehen. Das ist viel wichtiger. Wir haben jetzt schon einen Marschall zu machen und sagen, hey, jetzt müssen wir zuerst einmal die Krise nicht überstehen. Wir machen ein Jahr lang eine Diskussionspause. Schauen, dass wir aus dieser Krise rauskommen. Und dann können wir ja in aller Ruhe über diese potenziellen Reformen diskutieren. Jetzt machen wir zum gleichen Zeitpunkt alles miteinander. Und das schüttet jetzt wirklich sehr viel den Kopf. und da würde ich jetzt sagen 95 Prozent von den Leuten können das nicht begreifen, dass wir genau in dieser Phase solche unzählige Reformen zusammenreissen. In diesem Punkt hat man Solidarität von der ganzen Liga. In anderen Punkten ist man sich einfach nicht gleich einig. Ich frage mich auch, muss es dann entweder alles genau so sein, wie es jetzt ist? Oder gibt es dann nichts? Oder kann man sagen, okay, es wird einfach in diesem Bereich etwas noch einmal fein zünd? Wie sieht das die Situation aus? Also in welchem Bereich meinst du jetzt? Es kann sein, dass man sagt, okay, man bringt die Ausländerreform durch und sagt dafür, es gibt weiterhin einen Abstieg. Aber ich habe es gerade so, du hast am Anfang vom ersten Drittel einmal so prozentual gesagt oder in einem Podcast, 98% der Fans sagt, das braucht alles so nicht. Ich habe tatsächlich noch eine Umfrage gesehen, wo es sehr ähnlich klingt, wie du sagst, es sind 96% die gesagt haben, stimmt so nicht ganz oder zu 74% von denen haben sie gesagt, nein, eben, verhebt einfach nicht. Kann es sein, dass man sagt, okay, wir haben das Financial Fairplay, aber die Ausländerregelung nicht? Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, bei der Ausländerregelung wird es nicht geben. Wir werden einfach bis zum Schluss dafür kämpfen. Also 10 wird es nicht geben, da bin ich tief überzeugt. Und wir müssen jetzt einfach alles dafür tun, dass die Zahl so weit runter wie möglich kommt, damit die, das ist jetzt eigentlich wie Schadensbegrenzung, oder? Aber 10 wäre für Schweizer Hockey fatal, das würde niemand akzeptieren, also niemand, die anderen 11 Klub würden es akzeptieren. Aber ich weiss nicht, wo die anderen 11 Klub herhören und herhören. Die sollten auch viele Fans und Sponsoren und auch viele Fan-Community und sollten vielleicht auch mal ein bisschen eher Social-Media-Abeauftragte im Klub hören, wie es da in den Foren klingt. Also da tun wir am Fan und am Zuschauer und am Publikum vorbei etwas reformieren, was ich nicht begreifen kann. Was aber vor allem auch schädlich für Schweizer Hockey und zwar langfristig. Ja und eben nicht nur für unsere Liga direkte, für die oberste, sondern auch für die Swiss League und die gehen immer ein bisschen vergessen eigentlich. Ja, aber wir haben ja noch, also wir sind ja noch so in einer Situation, dass wir jetzt gleichzeitig auch noch, das ist keine Reform in struktureller Hinsicht, dass wir jetzt auch noch nebst dem E-Sockey-Verband gehen wir jetzt auch noch in Eigenständigkeit von der National League, Gesellschaft gegründet, die Swiss League macht jetzt das Gleiche, also man kann es anders sagen. Vor allem war der Verband der Schweizerische E-Sockey-Verband und die National League und die Regio League und die Swiss League, die sind alle dort der Mitglied gewesen. Jetzt haben wir den E-Sockey-Verband immer noch, aber was machen wir? Wir gründen den National League und den Swiss League und am Schluss haben wir drei Gesellschaften. Jede Gesellschaft hat einen Verwaltungsrat, jede Gesellschaft hat einen CEO, jede Gesellschaft hat eine Finanzabteilung, eine Marketingabteilung und und und. Der Apparat wird teurer. Wir geben noch Geld aus. Für neue Strukturen geben wir Geld aus. Und das begreife ich nicht, dass wir jetzt in dem Bereich gerade auch noch die Strukturen so verändern. Wir werden in Zukunft weniger Geld haben, weil es wird, der Fernsehvertrag wird nicht mehr so viel abwerfen. Der Gesamtvermarktung, der Post-Finance, Topscorer und Mittelkreis, der ausläuft in einem Jahr, wird auch nicht mehr so viel abwerfen. Das sind sehr hohe Beträge und gleichzeitig wird man neue Strukturen machen, wo alles, der ganze administrative Apparat noch teurer wird. Das kann ich nicht nachvollziehen. Ich habe noch eine Frage bekommen, die in der Community gestellt worden ist, gerade ein kleinesgleich, was wir gerade diskutiert haben, die Zeit nehmen wir uns noch rasch. Warum nimmt man all die Regeln auseinander, nicht auseinander und entscheidet einzeln? Ja, das ist eine gute Frage. Es ist einfach momentan die Treiber dieser Reform, vor allem der SC Bern und Zug, mit der Unterstützung von Rappi und Lugano und Freiburg und jeder unterstützt immer die Bereiche. Aber die Haupttreiber sind vor allem Bern und Zug. Sie sprechen immer von einem Gesamtpaket. Sie sagen, man muss das gesamthaft anschauen, man kann nicht eins allein, das hat alles miteinander einen Berührungspunkt. Das kann man vielleicht so sehen. Aber ich finde, das gesamte Produkt dieser Reformen ist einfach überhaupt nicht gut. Jedes Einzelne ist nicht gut und in der Gesamtheit ist es sowieso nicht gut. Also, man kann es aufsplittern, am Schluss vom Tag ändert es nichts. Jetzt möchte ich mit dir im Fokus das Thema Financial Fair Play auch nochmal anschauen. Da würde ich dich auch kurz bitte nochmal gerade ein bisschen ein Fazit ziehen. Was ist so Stand im Moment zu dem Thema? Es ist ja so, dass man eigentlich mit dem möchte man die Liga ausgelichtlicher machen. Also, man möchte, dass Mannschaften, Clubs, die viel Geld ausgeben haben, die möchte man zurückbinden. Und mit dem möchte man die Liga ausgelichtlicher machen. Man möchte, dass es den anderen Clubs Chancen geben, dass sie auch an gute Spieler herkommen, weil sonst einfach die einzelnen Clubs vielleicht alle guten Spieler wegkaufen oder verpflichten. In der Grundidee klingt das natürlich wunderbar. Fair Play klingt immer gut. Am Schluss vom Tag ist es nichts anderes als die Aufgabe der freien Marktwirtschaft und man geht Richtung Planwirtschaft. Es ist nicht einfach alles nur falsch, weil wir wissen ja, dass mehr Clubs in den letzten Jahren sicher zu viel Geld ausgeben. Es hat auch jeder Klub auch schon irgendeinen Spieler verpflichtet, den er überzahlt hat. Das gibt es in jeder Sportart. Das ist im Schweizer Hockey genau gleich. Aber wenn man die Planwirtschaft einführen möchte, das ist übrigens auch Financial Fair Play ein System, das auf der ganzen Welt noch niemand gibt. Das hat man noch niemand erklären können, was es gibt. nicht zu verwechseln mit einem Celery Cap bei der NHL. Celery Cap ist ein anderes System und Celery Cap ist ein Teil von einem Gesamtarbeitsvertrag in der NHL, der 700, 750 Seiten hat und dort ist einfach der Celery Cap ein Teil. Und bei uns ist Financial Fair Play gute Chancen gewesen. Oh ja und der Box sie gerade noch fast selber ins Goal erzugert. Wir sind immer noch in Scheibenbesitz. Da gehen wir nachher... Oh! Zelebrieren wir natürlich den Ausgleich und es ist der Sven Andri Ghetto gewesen. Wenn wir uns jetzt mit Financial Fair Play anschauen, finde ich das jetzt als Fansicht unfair. Du hast dir etwas erarbeitet und danach kannst du quasi das einfach nicht mehr gleich ernten. Ja, oder die Auswüchse im finanziellen Bereich, die kann man ja so anschauen, dass man die muss begrenzen. Aber entscheidend ist ja, was dann wie der Detail rauskommt. Und dort hat man noch nicht einmal einen Reglementsentwurf. Ich gebe einen Punkt, der natürlich schon von den Ideen, die hier oben sind und einen Punkt fehlt. Man bietet zum Beispiel in dem Financial Fair Play die Ausbildung überhaupt nicht ab. Wir haben ja nicht ein Transfersystem in der Schweiz, wo wenn man einen Transfer macht, kann man Geld verdienen. Sondern wir haben das Ausbildungsentschädigungssystem mit diesen Ausbildungseinheiten und da werden die Clubs belohnt, die gut die Ausbildung machen und eben viele Spieler ausbilden. Und darum sind wir dort natürlich klar im Plus mit den vielen Spielern, die in der Schweiz in anderen Clubs auch spielen und wir davon jedes Jahr profitieren. Das Geld sollte man eigentlich im Financial Fair Play uns gut schreiben, Nachwuchsförderung. Und die, die keine Nachwuchsförderung machen, denen sollte man das Geld belasten. Also das, was sie zu viele ausgeben für die Ausbildungseinheiten, das müsste man dann auf der Ausgabe belasten. Und die, die gute Nachwuchsausbildung machen, wie mehr, denen sollte man das gut schreiben auf der Ausgabeseite. Gravierend können Sie in der Liga-Reform sein, wenn das wirklich so umgesetzt wird, um nochmal rasch auf das Thema zu sprechen kommen. In diesem Drittel haben wir gesagt, wir wollen Financial Fair Play nochmal ein bisschen ins Zentrum stellen. Peter, wenn du jetzt all diese Reformen anschauen musst, welche ist die, die du sagst, da habe ich wirklich am meisten Müde mit? Ja, ganz klar die Ausländer. Die Ausländer-Frage ist das Einschneidendste. Das ist das, was sicher eine langfristige Auswirkung wird haben. Weil eines muss man wissen, wenn man etwas entscheidet, entschieden ist etwas sehr, sehr schnell. Etwas eingeführt ist sehr schnell. Was die Auswirkungen sind, das wird sich innerhalb von zwei bis vier Jahren dann zeigen. Und wenn man es korrigieren will, das geht zehn, zwanzig Jahre. Und das ist eben das Blöde, man kann dann nicht einfach zu schnell etwas, was man quasi in kurzer Zeit in no time eingeführt hat, in no time wieder rückgängig machen. Das zeigt genau das Beispiel Deutschland, wo Deutschland eben genau sagt, wir haben schnell, schnell etwas eingeführt und leiden jetzt 25 Jahre später immer noch darunter. Und etwas am schlimmsten, was passieren kann, ist quasi, dass eben nicht nur die Klubs darunter leiden, sondern automatisch auch die Fans. Und es sind auch schon Statements gemacht worden, von wegen bald nicht mehr die Liga mit den meisten Zuschauern in Europa. Die Fans sollten doch mehr im Zentrum stehen, Peter. Ja, das ist so. Ich habe jetzt auch ein Statement gesehen von einem Fan, der gesagt hat, Supporter von uns, ja, wenn das kommt, dann bin ich nicht mehr, dann höre ich auf. Nach 20 Jahren bin ich nicht mehr Supporter. Also, ich finde das jetzt auch schade, die Aussage, oder? Weil, ich glaube, der Fan, der sollte doch irgendwo dann auch uns unterstützen und sagen, ZSC kämpft wenigstens dafür, dass es A nicht kommt und wenn es nicht gelingt, dann kämpft er wenigstens dafür, dass es nicht so kommt, wie es die Initianten wollen, nämlich so. Mindestens, dass es abgeschwächt wird. Und ich hoffe, dass der EFOR uns zu gut kommt und dass die Fans das schätzen. dass sie uns unterstützen und uns nicht den Rücken zukehren. Peter, wir haben ganz, ganz viele Sachen schon angeschaut, was wir noch nicht angeschaut haben. Bis wann wird das entschieden? Also, wir haben jetzt, also es gibt ja einen Aktionärbindungsvertrag, weil die neue Gesellschaft gegründet worden ist und da war die Idee, dass man die Idee unterschreibt am 29. Januar. Und bis dann sollte auch das Ausländerreglement verabschiedet werden. Ich glaube nicht, dass es so weit kommt, weil wir haben gesagt, in dem Aktionärbindungsvertrag wird verwiesen auf verschiedene Reglemente. Es ist das Agentenwesen- Reglement, es ist das Financial Fair Play, es ist das Ausländer- Reglement, es ist ein Spielbetrieb auf Abstieg. Und, wir haben jetzt gesagt, und es gibt zum Glück noch ein, zwei andere vernünftige Klüppen, wir werden den Aktionärbindungsvertrag erst dann unterschreiben, wenn wir alle Reglemente verhandelt haben. Wir schreiben nicht zuerst den Aktionärbindungsvertrag und dann gehen wir in die Reglemente rein. Sondern, das wird jetzt durch das natürlich verzögert. Ich gehe davon aus, dass das frühestens Ende März der Fall sein wird. Wenn jetzt die Ausländer etwas ändern, wird es auf nächste Saison nichts ändern. Es wäre erst eine Änderung auf übernächste Saison, auf Saison 2022, 2023, würden die Reglemente dann zum Zug kommen, inklusive auch auf Financial Fair Play. So, und jetzt haben Sie sich das angeschaut. Ich will noch etwas sagen, wir haben bei den Ostländerdiskussionen, ich glaube, wenn wir in der Schweiz dieses Jahr, wenn wir kein Corona hätten und wir könnten mit Zuschauern spielen, ich glaube, die Zuschauern in den Stadien, die Fans, in der Kurve, die würden toben und ihre Klub unter Druck setzen. Momentan ist der Druck einfach nur auf Social Media, der ist viel zu wenig spürbar, weil die Fans nicht in den Stadien sind. Ich kann mir vorstellen, in den anderen elf Stadien würden die Fans ihre Klubführung auch kritisieren und auspfeifen und uns würden zu unterstützen und motivieren, weiterzukämpfen. wir sind da leider ein bisschen allein und ich glaube, dass die andere Klub-Situation fast ein bisschen ausnutzen, dass die Fans jetzt nicht da sind. Aber vielleicht können wir dann die Quettung rüber, oder der Schweizer Hockey kann die Quettung rüber. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich merke aber auch immer wieder, du bist sehr oft engagiert, wenn es um grosse Themen geht. Ich hätte jetzt fast gesagt, du bist auch ein bisschen das Sprachrohr der Liga. Und ich finde es sehr überzeugend, was du da sagst. Kannst du vielleicht jetzt zusammenfassend nochmal so ein bisschen ein Statement bringen, 30 Sekunden zusammengefasst, warum ist eben die Liga-Reform in dieser Form nicht optimal? Wir haben ein super Eisen-Cay-Produkt in der Schweiz. Wir haben eine ausgelichtene Liga. Wir haben die höchsten Zuschauerzahlen in Europa vor Corona. Zwar seit Jahren. Tendenz steigend. Wir haben in der Schweiz eine hervorragende Infrastruktur. Wenn man schaut, was in den letzten 2-3-4 Jahren gegangen ist und was momentan gebaut wird. Ich erinnere, geht einmal auf Davos schauen, was die dort umgebaut haben. Wunderschön. Lausanne, Super Arena, Fribourg. Unglaublich gut, was die gemacht haben. sieht ganz anders aus als vorher. Biel ist gut. Zug ist gut. Ambre ist am Bauen. Wir sind am Bauen mit der Swiss Life Arena. Da ist extrem viel gegangen. Und wir dürfen das Produkt der Schweizer Eisen-Cay nicht zerstören. Und wir dürfen unsere Kultur wahren. Wir müssen unsere Kultur weiterentwickeln und diese leben. Danke vielmals. Ich würde sagen, das war doch ein Wort. Ihr alle, die uns zuschauen und eben auch hören. Sie haben es gehört. Und ich bin überzeugt, ihr teilt in der ganz, ganz grossen Mehrheit die Aussagen, die von unserem CEO und Peter Zahner ausgeführt worden sind. Danke vielmals, David. Liebe Fans, danke vielmals, dass ihr heute dabei wart. Danke für die Unterstützung. Wir hoffen, dass da natürlich auch die Fans von den anderen Clubs noch ein bisschen motivieren können, dass sie gegen ihre Klubführung sollen ein wenig Druck ausüben und schauen, dass Vernunft einkehrt. Es geht um die Zukunft des Schweizer Eisen-Cay. Ich habe es gesagt, ein Schaden ist schnell angerichtet. Die Erkenntnis braucht zwei bis vier Jahre und die Korrektur geht zehn bis 20 Jahre und das gilt es zu verhindern. Danke vielmals. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.